Hallo meine Damen und Herren, wir sehen euch heute an die Problemsendung mit Marco. Hallo Marco, was ist dein Problem? Hallo, mein Problem ist, dass ich Angst habe, wenn meine Freundin kommt zurück zu Hause und seltsame Sachen sagt. Und möchten Sie darüber sprechen? Mein Freund, Marco, warum spricht er im Radio? Anfangs war ich sie ganz nett, aber jetzt, sie ist mir unheimlich. Nein, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Ja, das ist ein Problem. Wenn ich sie wäre, würde ich meine Sachen packen und weggehen. Was? Ja, ich weiß nichts. Nein, Marco! Ja, ich weiß nichts. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, was passiert? Kann ich die Probleme damit treffen? Ja, sie ist in Archi. Das ist die zweite Tür links. Aber Sie müssen das Formular ergänzen. Ist das wirklich? Ja. Also. Ja, danke. Hallo? 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 Ich wollte Sie einen Moment sprechen. Wegen Ihrer Sonnenfreunde. Wer sind Sie überhaupt? Sie haben meinen Freund gesagt, er sollte seine Sachen nehmen. Im Auxian. Aber das geht nicht. Das heißt, wenn ich jetzt nach Hause fahre, wird er nicht mehr da sein. Wirklich? Ich kann nicht an alles denken. Rufen Sie mich an, wenn Sie Probleme haben. Aber es geht nicht runter. Nein, bei der Arbeit noch nicht lang? Nein, beim Brett dre Mira, beh � villages. Nein, bei diesem, der Mickel Uhhh ... Auch wenn uns Verse Alon in den Mission Troopers sagen, wir stehen mit Ihnen, das ist einнегоoß. Was ist das mit dem Ball? ren Sie? L between Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020